Hallo, ich bin der Johannes und ich zeige dir, wie du dein Geld für dich arbeiten lässt. Und in diesem Video geht es darum, dass ich es nicht lassen konnte. Ich musste mein Portfolio wieder um eine Position erweitern, nämlich um einen ETF. Also ich musste nicht, ich wollte. Und zwar um den Vanguard FTSE All World, UCITS ETF. Und zwar würde ich euch zuallererst erstmal ein bisschen was über den Kaufprozess erzählen und dann euch auch ein paar Eckdaten zum ETF selber geben. Ich habe mir heute, am 24. Juni 2019, vier Stück von diesem Vanguard FTSE All World ins Depot gelegt. Zu einem Preis von 76,36 Euro das Stück. Das heißt insgesamt habe ich 305,44 Euro geblecht. Ich habe mich entschieden, diesen ETF grundsätzlich außerhalb von einem Sparplan regelmäßig selbst zu kaufen. Ich traue mir das jetzt einfach mal zu. Und zwar bei DeGiro. Der nette Nebeneffekt hier ist nämlich, dass man einige ETFs einmal pro Monat komplett ohne Gebühren kaufen kann. Das ist jetzt dann nicht irgendeine Aktion oder so, die irgendwann vorbei ist, sondern es gibt ein PDF, da ist wirklich eine ganze Reihe von wirklich sehr, sehr vielen, also 100 ETFs drin, auf die das zutrifft und die grundsätzlich einfach, ja, kostenlos zu kaufen sind, einmal im Monat. Hier der Beleg des Kontoauszugs. Ich habe, wie gesagt, diese vier Stück gekauft und der ETF notiert auch noch in Euro bei mir, weil ich ihn an der Amsterdamer Börse gekauft habe. Also habe ich hier noch nicht mal die 0,1% für Währungsumtausch bezahlt. Ziemlich coole Möglichkeit hier bei DeGiro. Link zum Brokers unten in der Beschreibung. Schauen wir uns jetzt mal an, was genau ich mir mit dem Vanguard FTSE All World ETF ins Portfolio gelegt habe. Es handelt sich zunächst einmal um einen sehr großen, über die ganze Welt diversifizierten ETF. Große und mittlere Unternehmen sind darin aus Industrie- und Schwellenländern bzw. Entwicklungsländern. Also man hat hier wirklich die ganze Welt in einem ETF bereits abgedeckt. Das ist nicht so wie beim MSCI World, dass in dieser World eigentlich nur die Industrieländer drin sind und dass man dazu eigentlich noch einen Emerging Markets, also einen MSCI EM, Emerging Markets, dazu kaufen müsste, sondern es ist sozusagen in diesem mit drin. Die Allokationen schauen wir uns später nochmal an, weil natürlich die Emerging Markets sind nicht so sehr stark vertreten. Gewichtet ist dieser ETF nach der Marktkapitalisierung. Das heißt, je mehr Marktkapitalisierung das Unternehmen hat, desto größer ist auch seine Position im Fonds. Und das Beste, ihr kennt mich, ich stehe sehr auf Dividenden. Dieser ETF schüttet Dividenden aus. Das heißt, er eignet sich sehr gut für ein passives Einkommen. Worauf ich ziemlich viel Bock habe, weil ich bezweifle, dass ich an einer staatlichen Rente in Zukunft wirklich viel Spaß haben werde. Deswegen baue ich mir eben diese Rente auf, auf die ich aber theoretisch mein ganzes Leben lang Zugriff haben werde und ja, die ich hoffentlich mein ganzes Leben lang auch noch steigen sehe. Und dieser ETF ist ein weiteres Werkzeug dafür. Schauen wir uns die Eigenschaften an. Der ETF bildet den Index physisch ab. Das heißt, alles, was der Indexherausgeber FTSE angibt, wird auch wirklich so im Portfolio gekauft. Es wird hier nichts optimiert und auch nicht synthetisch mit irgendwelchen Tauschgeschäften irgendwas rumgemacht, wo der Kurs des Index abgebildet wird mit einem ganz anderen Inhalt. Sowas kommt alles nicht vor bei dieser physischen Abbildung. Und das finde ich ganz nice. Er ist, wie gesagt, ausschüttend. Das heißt, das Geld bzw. die Dividenden, die die Unternehmen im Fonds ausschütten, wird nicht automatisch reinvestiert im Fonds selbst, sondern wird an uns Anleger ausgezahlt. Auch das Volumen ist nicht von schlechten Eltern. Der Fonds ist 2,3 Milliarden Euro schwer. Die Währung des Fonds ist US-Dollar. Gekauft habe ich ihn aber, wie gesagt, an der Amsterdamer Börse. Und deshalb habe ich ihn in Euro im Depot. Zu den Gebühren, und die sind echt nice mit einer Total Expense Ratio von 0,25%. Und was ist da alles so drin in dieser TER? Das sind Verwaltungsmanagement, Depotbanken und Servicegebühren zum Beispiel. Diese 0,25%, die werden nicht von irgendeinem Konto abgezogen, sondern die werden meines Wissens taggenau vom Kurs des Fonds abgezogen. Also diese ETF-Gebühren, die Total Expense Ratio, wird nicht irgendwo im Depot stehen, sondern die wird eben, ja, wird sich dann im Kurs des ETFs niederschlagen. Was ist drin im ETF? Und diese Zahl, die haut einen glatt um, auf der eigenen Webseite steht, das sind 3.212 Unternehmen aktuell. Ja, um zu sehen, was da wirklich alles drin ist, kann man sich entweder hier auf der Webseite selbst durchklicken oder man näht sich einen Excel-File runter und kann sich dann hier auch jede Position einzeln reinziehen. So krass, wie ich es gerade angedeutet habe, will ich euch aber auch nicht abspeisen. Wir gucken uns in diesem Video einmal wenigstens die 10 größten Positionen in diesem ETF an. Und dazu sei gesagt, diese 10 größten Unternehmen nehmen schon allein 10% des Fonds ein. Platz Nummer 1, Microsoft mit 2%, Platz Nummer 2, Apple mit 1,8%, Platz Nummer 3, Amazon mit 1,6%, dann viertens Facebook mit 0,9%, Johnson & Johnson 0,8%, JPMorgan Chase 0,8%, Alphabet A und C machen zusammen 1,5% aus, Platz 7 und 8 dann halt. Auf Platz 9, Exxon Mobile 0,7% und Nestlé 0,7%. Mich hat auch die kleinste Position hier interessiert und zwar ist das Benggang Steel Plates, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, mit knapp 400 Dollar gerade mal. Also diese ganze Position im ETF macht gerade mal diese 400 Dollar aus. Und wenn man diese 382, wenn man es ganz genau nimmt, durch die 1400 Aktien, die davon in diesem ETF liegen, teilt, dann findet man raus, dieses Ding ist ein Penny Stock. Ein Penny Stock würde ich mir nie kaufen, aber ein bisschen Vertrauen ist da eben auch gefragt in diese Manager von FTSE. Die werden schon wissen, was sie tun. Die größte Position, Microsoft nimmt übrigens 52,3 Millionen Dollar ein. Also es ist einfach schon mal eine ultra breite Diversifizierung in einem Fonds. Gebt euch diese 3.100, wie viel waren es genau? 3.212 einzelne Unternehmen. Das ist echt krass. MSCI World ist, glaube ich, mit 1.600, knapp 1.700 oder so dabei. Also die Hälfte. Ist halt auch nur Industrieländer, muss man auch sehen. Schauen wir uns doch mal das regionale Exposure an. Das heißt, aus welchem Teil der Erde sind am meisten Aktien vertreten. Und da sehen wir natürlich hier am Platz Nummer 1 ist Nordamerika mit einer krassen Übergewichtung von 57%. Muss man aber auch sehen, dass die USA natürlich immer noch Wirtschaftsmacht Nummer 1 sind. Und wenn man jetzt eher weniger zocken möchte, also weniger darauf setzt, dass irgendwelche Entwicklungsländer sich jetzt schnellstmöglich an die Spitze setzen, sondern sich einfach denen anschließt, die schon an der Spitze sind, dann finde ich das auch nicht schlimm, wenn man hier diese Übergewichtung im Fonds hat. Dann Europa auf Platz 2 mit 19,3%, Pazifik mit 13,4% und die Schwellenmärkte eben mit 9,9%, also knapp 10%, der Nahe Osten 0,2% und sonstige Länder 0,2% ja nicht mehr der Rede wert. Hier bei der Allokation nach Märkten können wir jetzt noch mal genauer sehen, in welchen Ländern hier was geht. Also aufgeschlüsselt nach Ländern ist dann hier das Ganze noch mal. Da sehen wir eben die USA an der Spitze mit 54,3%. Dann in Pazifik geht eben am meisten von Japan aus mit 7,9%. Dann haben wir UK für Europaspitzenreiter mit 5,4% dabei. China dominiert die Schwellenmärkte mit 3,3%. Dann kommen Frankreich, Schweiz, Kanada, Deutschland, Australien und so weiter und so weiter. Ja, da sind eine Menge unterschiedliche Länder hier mit dabei. Dann die gewichtete Exposure, das ist sozusagen die Gewichtung der Branchen. Und 50% nehmen allein eben Finanzen, Technologie und Industrie ein. Und die restlichen 50% teilen sich dann Verbraucherdienste, Konsumgüter, Gesundheitswesen, Öl und Gas, Roh, Hilfs- und Betriebsstoffe, Versorgungsbetriebe und Telekommunikation. Kommen wir zu dem wunderschönen Teil der Dividenden. Einige warten bestimmt schon ewig drauf. Also nicht auf die Dividenden, sondern darauf, dass ich darüber spreche. Denn natürlich gibt es noch einiges auch über die Dividenden im ETF zu sagen. Die Dividenden gibt es natürlich immer pünktlich und zwar viermal im Jahr, nämlich im März, Juni, September und auch im Dezember. Und zwar immer so im dritten Drittel des Monats. Bengert hat auch eine schöne Ansicht, in der man sieht, dass im selben Monat des nächsten Jahres eigentlich immer etwas mehr Dividende abgefallen ist. Also zumindest zum Schluss jetzt in den letzten Jahren, ich habe jetzt nicht bis zum Ende durchgescrollt, aber die letzten drei, vier Jahre war das auf jeden Fall so. Die historische Dividendenrendite liegt bisher bei 2,19% und ist 2019 bei circa auch wieder 2% erwartet. Aber jetzt, wo ich gesagt habe, dass da so eine Dividendensteigerung vorhanden ist, schauen wir uns doch mal an, wie viel das wirklich ist. Und dazu gehen wir zurück zur Ansicht bei extra ETF und da sehen wir, dass wir 2015 insgesamt eine Dividende von 1,22 Euro ausgeschüttet bekommen haben. Und 2019 ist die Prognose, dass 1,58 Euro ausgezahlt werden. Das ist eine Steigerung von 29,51% in vier Jahren. Oder eine Gehalts- oder Rentenerhöhung von 7,4% mehr im Jahr. Das soll der deutsche Staat mir mal nachmachen bei meiner Rente. 7,4% mehr pro Jahr. Also dieser Effekt der Dividendensteigerung ist auch in einem ETF zu spüren und da muss ich sagen, das freut mich wirklich sehr. Bei dem iShares Global Select Dividend 100, meinem anderen ETF, den ich schon seit längerer Zeit bespare, ist das nicht so. Das ist nämlich eben ein ETF mit Dividendenstrategie und er zählt auch nur 100 Aktien. Das heißt, naturgemäß werden hier auch nicht so die krassen Wachstumsaktien drin sein. Deswegen dümpelt der Kurs eben seit längerer Zeit einfach nur so rum. Auch der Ertrag wird pro Jahr nicht merklich mehr. Dafür sind in dem Portfolio dieses ETFs eben Titel drin, die von vornherein eine hohe Dividendenrendite haben. Und wenn man sich eben länger mit dem Thema beschäftigt, ich mache seit einiger Zeit immer dienstags live bei Instagram mit dem Sparkojoten zusammen, den Dividendendienstag, da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen, ich verlinke das auch unten. Und da gab es bei mir auch so einen kleinen Shift im Mind, im Gehirn, denn wir hatten in einer Folge darüber gesprochen, wie positiv es eigentlich ist, in Wachstumsaktien auch zu investieren, langfristig gesehen. Weil diese Wachstumsaktien eben auch sehr, sehr stark die Dividende steigern. Das heißt, man startet nicht mit einer wirklich großen Dividendenrendite, wenn man diese Aktie kauft. Die ist vielleicht bei zwei oder einem Prozent nur. Aber trotzdem wird die Dividende eben pro Jahr überdurchschnittlich stark gesteigert. Und das ist dann, was sich dann später eben erst niederschlägt. Und da haben wir uns so ein paar Aktien angeschaut. Und das war wirklich ziemlich krass zu sehen, was da möglich ist. Man braucht mit dieser Strategie eben einfach nur ein bisschen mehr Geduld. Also, weil man, wie gesagt, nicht direkt die große Anfangsdividendenrendite hat. Aber über die Jahre kann sich das dann wirklich auszahlen. Und deswegen habe ich mir dann doch gedacht, okay, packe ich mir noch so eine kleine Wachstumskomponente. Im Moment ist sie noch eine kleine Wachstumskomponente. Vielleicht wird sie in der Zukunft auch größer. Also packe ich mir so eine Wachstumskomponente mit ins Portfolio rein, weil ich das einfach auch ziemlich, ziemlich cool fand und auch absolut sinnig. Ja, und diese Wachstumskomponente, diese Zukunftswachstumskomponente erfüllt eben der Vanguard All World. Ja, so hat jeder seine Learnings und passt im Laufe der Zeit seine Strategie an. Ja, also ich werfe meine Strategie nicht um. Ich fahre immer noch eine Dividendenstrategie. Das sieht man daran, dass ich einen ETF mir zulege, der auch ausschüttend ist und darauf Wert legt. Aber ich wollte eben anfangs Cashflow und Rendite sehen. Und man will sich natürlich auch erstmal selbstbestätigt sehen und mit eigenen Augen sehen, dass man wirklich mit Dividenden Geld verdienen kann. Und wenn man dann an diesem Punkt ankommt und man braucht wirklich nicht viel investiert zu haben, um zu sehen, dass dieses System funktioniert und wie es funktioniert. Und wenn man an diesem Punkt angekommen ist, dass man in echt sieht, dass es funktioniert, denkt man sich, okay, und wie könnte ich jetzt noch so eine Zukunftskomponente reinbringen? Wenn ich jetzt schon kurz vor der Rente stehe und von diesem Geld leben müsste, dann wäre das vielleicht nicht die allerklügste Wahl, noch in Wachstumsaktien zu investieren. Aber mein Gott, ich bin gerade 31, also ist da noch ein bisschen Zeit. Und ich sehe die Chance, dass es sich durchaus noch lohnen könnte, in Wachstumsaktien zu investieren. Weil wie gesagt, hier braucht es unter Umständen vielleicht etwas mehr Geduld, bis hier die krasse Rendite fließt. Wenn ich jetzt in ein, zwei Jahren in Rente gehe, dann würde ich mir auf jeden Fall Cash-Chaos kaufen. Rendite, starke Cash-Chaos. Ja, und weil bei mir dann noch ein bisschen mehr Zeit ist, ist bei mir der Wunsch nach Wachstumsaktien im Portfolio eben auch gestiegen. Und bei diesem ETF sind dann eben auch die ganz Großen dabei, wie Microsoft, Apple, Amazon, Facebook, Alphabet. Von den aufgezählten Zahlen aktuell nur Apple und Microsoft eine geringe Dividendenrendite von 1,5%. Dafür wird die Dividende hier jährlich gut gesteigert. Besonders Microsoft ist hier King. Das Ding ist, sowas lege ich mir aktuell noch nicht gerne einzeln ins Portfolio, so eine Apple oder so eine Microsoft. Einfach eben aufgrund der geringen Dividendenrendite, aber zusammen in einem ETF, der insgesamt 2,2% Dividendenrendite hat, nehme ich dann doch gerne den Erfolg auch dieser Firmen mit, dieser großen Wachstumstitel. Ein Problem der Überschneidung oder Doppelung von meinen beiden ETFs, also vom Vanguard Oil World und vom iShares Global Select Dividend 100, sehe ich nicht. Ganz einfach, weil ich eben insgesamt eine Dividendenstrategie fahre. Jetzt habe ich eben auch noch diesen Wachstumsteil mit drin und eben dann auch noch verstärkt den Dividendenanteil mit extra 100 Titeln auch über die ganze Welt verteilt, die eben, ja, auf Dividende spezialisiert sind. Und ich sehe aktuell auch noch keinen Bedarf für mich vermehrt in die Emerging Markets einzusteigen, also mir noch einen extra ETF zuzulegen, der einen Schwerpunkt auf die Emerging Markets legt. Lass die erstmal emergen, so nach dem Motto. Ja, ich berichte natürlich hier nur über mich. Ich bin natürlich begeistert, weil sonst hätte ich ihn nicht gekauft. Aber falls du Interesse hast an einem ETF, informiere dich auf jeden Fall selbst. Denn dieses Video ist natürlich, du hast es erraten, keine Anlageberatung. Willst du weiterhin mitverfolgen, wie sich mein Portfolio entwickelt, dann lass gerne ein Abo da. Und dann danke ich dir sehr, sehr fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.